ja hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video hier werdet ihr mit einem flotten dance begrüßt auch von kai ja ich hoffe euch hat das letzte video sehr gefallen hier ist ein neues von uns und zwar spielen wir heute air royale das ist ein duo spiel wo wir beide dann gegen andere flugzeuge kämpfen genau aber selbst wir wollen gar nicht so viel vorgreifen machen wir bereit und dann geht es nämlich auch gleich schon los ich hoffe ihr habt in der zwischenzeit auch schon ein paar likes und ein paar abos da gelassen beim kai denn das würde mich sehr sehr freuen wenn nicht dann schleunigst nachholen da freut auch er sich sehr drüber warten wir auf unseren einsatz pinke pinke kann auch fackelwirbel zeigen ach jetzt sind wir ok in diesem modus habt ihr bereits waffen ich geh mal wieder nach hinten wobei und schon der erste gegner ich treffe einfach nicht sieht so aus ne manche spielen das ja auch alleine solche modi ich glaube wir haben ja nicht mehr so viel leben das schöne ist man respawnt das ganze geht dreimal und dann ähm ja die doppeldeck also die flugzeuge bespawren dreimal ach so ja genau sieh du mach sieh du mach sieh du ich schieße hier ok da zieh mal wieder mein wunderbares ehem ich möchte doch nach oben hallo einmal hier durch so oder Was ist denn da? Moment. Genau, hier durch diese Ringe fliegen, dann bekommt ihr... ...ne neue Waffe, zum Beispiel. Oder, ähm, halt eben neue Munition. Wir werden beschossen, ja wir. Ohhhh. Und wo denn? Ach da. Ich sehe dich nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich sehe nichts. 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 Oh, die haben uns direkt gerammt Oh, die haben uns direkt gerammt Oh, die haben uns direkt gerammt Oha, ich glaub wir haben gleich drei Gegner irgendwie Jawoll, den haben wir Oh, Sturdy, ich hab auf die geschossen Ah, oh, oh, oh Oh Oh, das geht nur noch kurz Hey Hallo? Oho Es gibt aber auch keine Reparaturkits mehr hier Ja Oh, oh Oha Ich seh irgendwie nix Mal nach hinten Oh, kaboom Ich musste runter, ich hätte kontrolliert mich sonst eh getötet So, einmal haben wir noch Ups Ich flieg der mal so lange wie er noch nicht da ist So, tauschen wir mal wieder? Oder soll ich? Nein, nein, ich mach schon Ja, ja, dann mach Ja, lass uns einfach hier landen Ich hab 10 nutzend Oh, die Zone Oh, die Zone Naja, oh doch Also nicht nur die Flugzeuge sind die Gegner, sondern auch die Zone Ja Ja, ich komm hier nicht weg Die rauchen glaub ich schon Oh Oh Okay Diesmal sind wir Sechster geworden Ich find das gar nicht mal so schlecht Ich weiß immer, wie viele Gegner gibt es insgesamt? Keine Ahnung, 24 oder so Ja, also Sechster von 24 oder 22 ist doch gar nicht mal so übel Und damit verabschiede ich mich schon mal wieder von euch Sage Ciao Ciao und bis zum nächsten Mal